StarTV, der Film- und Kinosender, startet am 31. August auf einem neuen Kanal. Täglich 24 Stunden Informationen über das Neueste im aktuellen Kinoprogramm. Interviews mit ihren Lieblingsregisseuren. Klatsch über ihre Schauspielidole. Freche Blicke hinter die Kulissen der nationalen und internationalen Film- und Kinoszene. Das ist StarTV. 100% Filminformationen. StarTV. Ab 31. August auf einem neuen Kanal. Hi, I'm Jamie Lee Curtis and if you're not watching StarTV right now, then how would you ever see me? StarTV. Ab 31. August auf einem neuen Kanal.